Über Viehhaltung und Ackerbau sind unsere Bauernfamilien ein fester Bestandteil der Regionen Deutschlands und der Motor ländlicher Räume. Hinter jeder Region, hinter jedem Hoftor verbergen sich besondere Menschen, die jeweils einen besonderen Beitrag zu unserer Kulturlandschaft leisten. Ob jung oder alt, ob biologisch oder konventionell. In einem Roadtrip durch Deutschland besuchen wir diese Menschen mit der Kamera. Das zeigen euch Thomas Fabri von Ich liebe Landwirtschaft und Annika Ahlers von Erklärbauer. Landwirtschaft ist vielfältig. Landwirtschaft ist bunt. Roadtrip Agrar Roadtrip Agrar Roadtrip Agrar